Hallo ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben es geschafft, der Bepelster und ich sind angekommen in Jokmok, kurz oberhalb des Polarkreises, unser eigentliches Ziel schon mal erreicht, super Sache und ich glaube, was heute noch besser war als in Deutschland zum Beispiel, ist das Wetter. Wir hatten heute unglaubliche 30 Grad, mal kurz nach unten geschwenkt hier, ja Wahnsinn, kurze Hose, es ist abends hier, kurz nach 8, also besser kann es nicht gehen. Hier geht es weiter, bin erstmal zwei, drei Tage hier an diesem wunderbaren Ort, zeige euch mal, wie das hier ist, genau, da gibt es einen großen See, oberhalb gibt es einen kleinen Campingplatz, sehr nett hier, alles sehr gepflegt und da werden wir uns ein bisschen erholen und überlegen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich geht es Richtung Süden weiter, richtig relaxt und werden da noch schöne Sachen erleben, denke ich. Wie geht es dem Dicken? Ganz gut, der ist da unten, ja, der quengelt schon wieder, weil es ist Fressenzeit. Warum ziehe ich hier mal ein bisschen die Nase hoch? Hier blüht alles und ich habe da ein bisschen Heuschnupfen und da ist hier auch wirklich, wirklich alles, jedes Helmchen, jede Blume, alles ist hier am Blühen. Sieht sehr schön aus, aber manchmal gibt es natürlich ein bisschen Schnupfen. Aber sonst, alles super hier. Bis dahin, tschüss.